und jetzt müssen wir nach unten auf ein verstellten Weg brauchen wir mehr Energie als ab wahrscheinlich brauchen wir mehr Energie als abstellen ich weiß das schon es ist leicht auf dem Weg nach unten ich habe nur gescherzt okay hier hier kommt noch ein kleiner die ein Klumpen Schnee hoch Mau okay ich bin an der Reihe Mau kannst du damit umgehen kein Problem die Gart von Schnee ist einfach naja wir sollen Feld drücken um da nicht Schnee zu schmecken einfach so okay das ist die große Kumpel von Schnee schmelzen sie werden nur schmelzen gefällt mir in die h hau gefällt mir irgendwie hier ich bin die die Aufweihbarkeit ist, äh, zurückschiehen. Äh... Ja, wo sind die jetzt? Okay. What? Fuck. Wir gehen jetzt mal weiter. Ja, 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 ja. Ähm, okay. Kommt mal her. Kommt her. Komm her, du blöder Vogel. So, du kommst nicht. Okay, komm dir wieder hoch. Ja, komm mal her, Leute, und helft mir ein bisschen. Danke. So. Mach nicht Schaden. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Äh, naja. Schwung und rüber. So. Schmerzen. Wunderbar. Wunderbar. Ähm, hier runter. Und Sprung. Und Tschüss. Und Tschüss. Ah, super. Angriff. Komm schon. Nein, 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 nein. Das ist so ein bisschen. Gehört. Geh wir mal von hinten. Nehmen wir mal von hinten. Geh wir mal von hinten. Okay, da muss ich eigentlich mal nicht von hinten rennen. Natürlich, Tretz ist das 4-4-3-3-3-3-1. Hier, nimm das. Probierst Level ab. Welche Level sind wir jetzt? 9. Vor eigentlich, die 3-3-3-2-3-1. Ja, wir sind schon um 9 Uhr, wow, gut, naja, da kann ich jetzt hier weiter, Moment, Moment, oder habe ich vielleicht etwas falsch gemacht, ah, komm, mal hier hoch, ah, da kommt es schon, ne, Eis, komm mal, ich hab mir das so fast gedacht, da kann doch bestimmt so runterspringen, aber nein, man muss doch, nur ein Eisbäck, naja, Eisbäck, ne, Eisbäck, komm, ja, und da kann ich hier rüber springen, war ja so klar. Vielleicht gäst du irgendwie wieder so ein bisschen, finde ich nicht gut, ich bin ein bisschen ausgenehm, ich will die Aufnahme ja nicht beenden, auf der Plattform sind, macht mir gerade auch noch Spaß, ja. Au, 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 au. Du weißt ja, was falsch gemacht, musst du richtig gleich so angreifen, Kumpel. Oh, ich bin mal vor den beiden fertig. Scheß, mal ein bisschen drauf schauen. Ich glaube, ich muss mir jetzt einen Schyko machen. So. Ehm, ich glaube, das Gespräch kommt jetzt... Ja. M. Schauen wir so was hier, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, das wiederholt sich hier. Na gut, dann lassen wir das. Ich spring jetzt hier und so. So, hier kommen wir jetzt in diese Geste. Ja, das aufgetauchte Eis ist. Das ist ja ziemlich rutschig. Wir sollten lieber aufpassen. Das ist gut. Wir sollten aufpassen, okay. Oh, fuck. Okay. Äh. So, hier wollen wir wieder das Eis schmelzen. So. Dann... Wir können hier durchklettern, wenn wir auf den Berg zurückkehren müssen. Ich verstehe. Äh. Äh, wir gehen zurück. Ich habe gesagt, wir können einfach zurückgehen, falls das nötig sein sollte. Also ist es das, wie... Also das haben sie gemeint, okay, lassen sie uns dann gehen. Was für eine Stadt ist Minar? Das ist eine große Hafenstadt. Das ist ein Ozeandampfer, der kommt und geht von der Hauptstadt Baika. Wir sind noch nie dort gewesen, Waigu. So. So. Ich kam jemals außerhalb von Sulz. Ich verstehe, wenn sie jemals zu mir nachgedacht haben auf Reise, das weiß ich. Ich hätte gedacht, dass sie das Blumenpferd zu retten. Wie ironisch. Wörteren... Wörteren. Wörter. 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 Da kommen wir also zu Bekonomie. Ja, bitte irgendwie so raus. Oh wow, einfach so vorbeschämt. Wie cool. Und Anker. Buh. Und das. Und das, dummer Vogel. Das war's mit dir. Okay. Gute Arbeit. Kiste. Ja, da haben wir noch ein paar Sachen. Rot, ja. Irgendwie alles Lebensmittel. Ah, Steak, ja. Denkt man, das war ein Steak. Händler. Eigentlich macht das hier. Gucken wir mal. Die Gehle, die 5 Cent teuer. Kaufen wir vier Stück. Die sind ja ziemlich teuer. Aber okay. Was soll jetzt? Ich habe mir jetzt sicher noch mal ein Safe State. Denn ich glaube... Ich glaube... Vielleicht will ich mich nicht ändern. Yep, der erste Boss. Ich habe noch einen Battle-Dialog. Habe ich hier schon gesehen. Das ist ziemlich stark. Ich werde mich drum kümmern mit einem Schlag. Seien Sie vorsichtig. Nicht in die Nähe dieses seltsame Virus zu kommen. Verteiligen Sie und angreifen nach Bedarf. Gehen Sie mir ein... Einigen Korber. Ja, haut noch was zu drauf. Okay. Gehen wir jetzt einen Angriff über. Wow, und das blickt sich so... ...dermals, dass wir uns auf dem Weg finden. Ging doch vorhin noch so gut. Und jetzt nicht mehr. Na gut. Die beiden treiben Profana. Nicht von hinten. Ich hatte das mal so gesehen. Nicht mehr viel zu sagen. Nimm das. Warum neckt das jetzt so? Ich verstehe mich. Nimm das. Nimm das. Lass sie in Ruhe. Lass meine Kollegen in Ruhe. Das ist nicht nett, was aber macht. Ich darf dich verhauen. Aber die ... Aber du darfst dich nicht verhauen. Ja genau, so ist die richtig. Nimm das. Schaum. Stopp einfach. Nimm das! Äh, da kommt irgendwas, oder? Ja, ich wollte gerade nur abwehren, aber es war zu spät. Komm, stopp! Ja, komm schon! Wie sieht das hier aus? Warum jeckt das so? Das nervt mich gerade. Ich weiß, ob es gerade ein Schöner ist, das kann. Ich dachte, jetzt hätte man es besiegt, das ist schade. Jetzt? Nee. Ja, komm schon! Ach. Das war ein bisschen mehr Taktik. Ja, ja, ja. So. Okay. Oh, jetzt ist es weg. Ich war traurig. Warum nicht das jetzt so? Ah, jetzt läuft es wieder schnell. Ist ja toll. Bei jedem Bosskampf zuerst, dann wird es halt richtig toll. Okay, nichts hat dazu gesagt, ist okay. Wie lange nehme ich denn jetzt auf? Passt noch Stunden, das wären nur drei Parts für 20 Minuten. Ist ein bisschen wenig immer noch. Hm. Aber die 6 machen mir Sorgen. Was tue ich jetzt? Ähm. Okay, erstmal noch. Okay, erstmal muss ich den Berg verlassen. Und jetzt neue Gespräche zu aktivieren. Neue Blautereien. Und sie auch nicht im Filz aufspielen. Die Wissen, wenn wir nach Ost gehen, sollten wir in der Lage sein, ähm, zu Minai zu erreichen. Du wirst es wissen, wenn sie ihn sehen, dass sie durch das in der Nähe vom Meer ist. Wie lange ist es noch mehr und dann sehen, sie kommen von der Eben in den Osten. Ich kann ein bisschen gleich noch weiter machen. Ja, ja, da ist die Brücke. Das ist immer auf der anderen Seite. Wohl. Das deckt mir ziemlich stark. Dann nehme ich mal 20 Minuten auf, wenn ich erinnere, ich aufhöre. Das sollte dann erstmal reichen. Ja, komm. Gut. Also 20 Minuten nehme ich noch auf. Ich habe mir gerade mal überlegt. Ich habe mir gerade eine Weile gekämpft. Ich habe mir gerade mal eine ganz schöne Weile hier auf dem Berg rumgekämpft. Ich nehme jetzt mal, äh, nein. Ich habe gerade überlegt, in den 20 Minuten müsste ich es eigentlich noch schaffen, jetzt so weit zu spielen, wie ich gespielt hätte. Bis dahin, bis ich das Spiel kenne. Und dann wird es ab dem nächsten Lauf damit auch drin für mich. Komplett. Also mache ich das jetzt noch schnell. Das würde ich in 20 Minuten eigentlich schaffen. Ich habe gerade mal ein bisschen mit Text. Ich weiß nicht. Ich habe gerade mal einen Text. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt. Nein. Ich werde jetzt mal mit Eugen ein bisschen kämpfen. Bei 2 gut mal auch habe ich ja schon. Also weiß ich noch nicht, wenn ich jetzt mal mit ihm ein bisschen kämpfen würde. Oh Gott, das fährt fast gleich aus. Zwischen und einmal drinnen. Äh, nee, ich kippe nicht. Oh, das ist wie bei Mao. Vielleicht geht's, vielleicht geht's. Auf. Ähm, vorne und hinten, die anderen beiden auch oben und unten. Dann machen wir nochmal einen Safe-State. Und sicherheit. Und sicherheit.